Neugadgets.de Es ist jetzt nicht wirklich viel Neues, wenn man es mit dem iPad 2 vergleicht. Es sieht fast genauso aus. Es ist ein bisschen dicker. Es hat auch ein höher auflösendes Display, aber die Display diagonal ist gleich geblieben. Und es hat ein besseres Innenleben. Also es hat immer noch den gleichen Dual-Core-Prozessor, aber die Grafikeinheit ist verbessert worden. Und das schauen wir uns dann auch mal in ein paar Spielen an. Aber vorher packen wir das Ganze aus und schauen uns, was hier alles mitgeliefert wird mit dem iPad. Auf der Packung sehen wir auch das iCloud-Logo. Natürlich ist das Ganze mit der iCloud kompatibel. Ihr könnt eure Bilder, die ihr mit der Kamera macht, die übrigens auch verbessert wurde. Das nun mal zum Anmerken. Das ist auch eine der Neuheiten. Ihr seht, ja, weiße Version, fast gleich geblieben, ist die UMTS-Variante bzw. LTE, was in Deutschland leider nicht so gut funktioniert. Aber ich zeige euch das dann später nochmal. Hier, diese kleine Box beinhaltet das kleine SIM-Tool, wenn ihr euch für die UMTS-Variante entschieden habt, um eure SIM-Karte bzw. Mikro-SIM einzulegen. Und natürlich einige Handbücher. Und die ganz berühmten beiden Apple-Sticker. Handbücher sieht sich ja sowieso kaum einer durch. Also auf jeden Fall verschwindet das Papier. Wir haben hier das USB-Kabel zum Dock-Connector, um aufzuladen und zu synchronisieren. Und hier natürlich auch noch das Netzteil, das erstmal zusammengebaut werden muss. Also bestehen hier aus diesem Teil und diesem. Und ich glaube, im Apple-Store gibt es auch verschiedene Aufsätze. Das ist also, wenn ihr zum Beispiel in die USA reist, nehmt ihr euch einfach hier den US-Stecker. Wenn ihr nach Großbritannien fliegt, nehmt ihr euch den UK-Stecker. Zusammengebaut. Hinten kommt dann das USB-Kabel rein und schon kann aufgeladen werden. Und wie ihr seht, war es das auch schon. Mehr ist in der Box nicht drin. Und wir schauen uns das Tablet jetzt mal an. Hier haben wir also das neue iPad. Oder wie ich es nenne, das iPad 3. Und wenn wir dann auch mal gleich das iPad 2 zum Vergleich nehmen, dann dürfte hier auf den ersten Blick auffallen, das sieht ja fast gleich aus. Das sieht nicht nur fast gleich aus, es sieht gleich aus. Wer genau hinschaut, der wird vielleicht erkennen, dass das iPad 3 ein ganz, ganz kleines bisschen dicker ist als das iPad 2. Ansonsten ähneln sie sich absolut. Wir haben hier immer noch ein 9,7 Zoll IPS-Display, aber diesmal ein Retina-Display, wie Apple es nennt. Wir kennen den Begriff schon vom iPhone 4. Dort wurde auch ein Retina-Display verbaut. Apple nennt so seine hochauflösenden Displays. Und im iPad 3 hat das Display eine Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel. Das ergibt dann 264 Pixel pro Zoll, was wirklich sehr, sehr gut ist, finde ich. Für so ein kleines Display ist das schon eine riesige Auflösung. Ob man die dann wirklich braucht, ist eine andere Sache. Aber es ist nice to have auf jeden Fall. Wir haben hier immer noch einen Dual-Core-Prozessor verbaut, den A5. Aber diesmal als A5X, da wir eine Quad-Core-Grafik drin haben. Das verspricht dann schnellere Spiele. Wir schauen uns da mal an, wie das Ganze dann aussehen kann. Was früher die 3G-Version war, ist jetzt die 4G-Version. Da wir hier jetzt auch LTE haben. Das Dumme ist für uns Deutsche, dass unsere Mobilfunkanbieter leider nicht die Frequenzen haben, beziehungsweise unterstützen, die das iPad 3 nutzt. Also können wir in Deutschland zumindest leider nicht mittels LTE mit dem Tablet surfen. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Wenn wir in den Urlaub nach Amerika fliegen oder so, dann sieht das Ganze anders aus, denn dort gibt es ja diese Frequenzen. Aber es ist natürlich schade, dass wir das in Deutschland nicht benutzen können. Wahrscheinlich dann erst mit der 4. Version, also dem iPad 4. Also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Ebenfalls neu, und das haben wir auf der Rückseite, ist die 5 Megapixel-Kamera. Vorher im iPad 2 war da eine sehr schlechte Kamera verbaut, über die ich nicht reden möchte, weil sie mich einfach nur enttäuscht hat. Die 5 Megapixel-Kamera hier schießt gute Bilder, zeige ich euch dann auf newgadgets.de, werden ein paar Bilder veröffentlicht. Was schade ist, hier hätte auch noch ein Fotolicht Platz gefunden, finde ich, denn wenn man schon mal eine Kamera einbaut, dann ist auch ein Fotolicht auf jeden Fall auch praktisch. Schauen wir uns das Tablet mal von allen Seiten an. Wir haben hier den Power-Button, und da wir hier die 4G-Version haben, haben wir hier auch eine Antenne, ein Headset-Port, dann hier den Slot für eure Mikro-SIM-Karte. Mittels dem Tool, das mitgeliefert wird, können wir hier den Slot einfach rausbekommen. Dann haben wir hier unten den Dock-Connector zum Aufladen und Synchronisieren und auf der linken Seite die Lautstärke-Taste und hier den Anti-Rotation oder Mute-Lock. Über dem Display natürlich die Webcam oder die Frontkamera. Die ist gleich geblieben, die ist die gleiche wie beim iPad 2. Und unter dem Display der Home-Button. Das war's mit den technischen Details. Und da sich am Gehäuse ja eigentlich überhaupt nichts verändert hat, könnt ihr auch einfach euer Smart-Cover nehmen, das ihr vielleicht von eurem iPad 2 habt, und es natürlich anbringen. Das ist kein Problem. So, vergleichen wir mal die beiden Displays. Wir haben hier links das iPad 3 mit Retina-Display und rechts das iPad 2 mit dem normalen. Und das gleiche Bild, aber hier fällt schon auf, dass wir hier es ein bisschen blauer haben. Und hier sieht diese Ecke auch ein bisschen eher nach Lila aus, was ein bisschen komisch ist. Ich kann mich aber jetzt auch wirklich nicht mehr daran erinnern, welche Farbe das jetzt wirklich hatte damals. Gehen wir mal ein bisschen näher hier beim iPad 3. Mit dem bloßen Auge erkennt man auf jeden Fall keine Pixel. Und hier, wenn wir ganz nah rangehen, gut, mit der Kamera kann man nicht wirklich viel erkennen, aber ich kann euch sagen, wenn ich ca. 30 cm vom iPad 2 entfernt bin, dann sehe ich auch keine Pixel. Genauso wie beim iPad 3. Wenn ich jedoch ganz nah rangehe, vielleicht 5 cm, oder vielleicht sogar 10 cm, dann erkenne ich leicht Pixel. Aber ich bin ehrlich, so nah gehe ich an meinem Display nicht ran. Also ist es mir schon fast egal. Nachdem wir jetzt ein Bild hatten, kommt jetzt der Text. Hier haben wir das iPad 2. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber an dem Buchstaben selber, hier beim N am Bogen, könnte man es erkennen, haben wir das Anti-Aliasing. und hier dank der hohen Auflösung sieht man es nicht. Wir haben das zwar hier auch, aber durch die hohe Auflösung kann man es nicht erkennen. Und darum, denke ich mal, ist das Lesen auf dem iPad 3 auf jeden Fall angenehmer. Auch hier beim Kleinen. Beim Kleinen Text sieht das hier auch deutlich besser aus. Also ich kann nur sagen, beim iPad 2 macht das Lesen natürlich auch Spaß. Das konnte es ja vorher auch. Aber nur im direkten Vergleich jetzt mit dem iPad 3, da sieht es einfach besser aus. So, schauen wir uns mal an, wie das Internet-Surfen hier auf beiden Geräten ist. Da dürfte eigentlich kein Geschwindigkeitsunterschied zu sehen sein, da beide den gleichen Prozessor nutzen. Der A5X, der hier zum Einsatz kommt, hat ja nur eine verbesserte Grafik. So, gehen wir mal auf die Startseite. Gleichzeitig gedrückt. Und ist auch gleichzeitig aus der Startseite. Auch das Scrollen ist sehr schnell. Und öffnen wir mal einen News. Auch hier gleichzeitig fertig geworden. Ihr seht, es gibt beim Browsen keinen Geschwindigkeitsunterschied. Auch hier bei den Multitouch-Gesten seht ihr keinen Unterschied. Und jetzt schauen wir uns mal die Spiele-Performance an. Und da finde ich, ist Shadowgun genau das richtige Spiel, um zu zeigen, was in einem Tablet drin steckt. Ich habe schon die neue Version installiert, mit der nativen Auflösung des iPad 3 und vierfachen Anti-Aliasing. Mal schauen, was schneller ist. So, das ist auf jeden Fall schon mal falsch. Okay, drehen wir das Ganze mal. So, das ist jetzt richtig. Und starten ein neues Spiel. Ihr seht, das Laden war so ziemlich gleich auf beiden Geräten. Auch hier ist das iPad 3 nur ein klein bisschen schneller gewesen als das 2er. Wir müssen aber dazu noch beachten, dass hier die Auflösung natürlich viel höher ist als auf dem iPad 2 und wir haben hier jetzt auch vierfaches Anti-Aliasing. Das ist auf jeden Fall eine gute Leistung, hier die gleiche Geschwindigkeit beizubehalten. Laufen wir mal. Ihr seht, das Ganze war jetzt gleich schnell. Das sieht auf jeden Fall auf beiden Geräten gleich gut aus. Dann wollen wir die Fahne hier, die Flagge. Schauen wir uns die mal an. Und auch die Wolken. Ich finde, das sieht bei beiden Geräten gleich aus. Nehmen wir meine Kamera. So, einmal hier Wolken und Flagge. Und auch hier nochmal. Was mir aufgefallen ist, ist hier dieser Totenkopf. Der flackert ein bisschen. Seht ihr das? Und beim iPad 3 tut er dies nicht. Wir haben hier bessere Auflösungen, das Anti-Aliasing. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Also auch hier ist das Display auf jeden Fall ein Vorteil für Leute, die auf solche Details achten. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das Spielgeschehen ist hier wichtig. Das Rumballern. Das ist dann auf beiden Geräten gleich schnell. Denn das war ja auf dem iPad 2 auch schon ein sehr flottes Spiel. Wir haben hier mehr Effekte drauf. Und es sieht bei beiden Geräten toll aus. Auf dem ein klein bisschen besser. Und auf dem Fernseher wird das Ganze auf jeden Fall noch besser aussehen, denn das hat schon Konsolenqualität, wie ihr gesehen habt. Und darum schließen wir jetzt mal das iPad 3 an meinen Fernseher an und schauen uns an, wie das Ganze da aussieht. So, ich habe jetzt das iPad 2 mal angeschlossen an meinen Fernseher. Hier sehen wir es. Und wir können hier ganz normal rumlaufen. Ihr seht, das hat schon wirklich Konsolenqualität. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass wir hier links und rechts einen schwarzen Balken haben. Das trübt die ganze Sache dann schon ein klein bisschen. Aber was ich euch zeigen will, ist natürlich auch hier wieder die Grafik. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Denn wir zoomen mal wieder auf diesen Totenkopf, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Da kann man es auch wirklich sehr gut erkennen am Detail. Nämlich die Auflösung und auch das Anti-Aliasing. Und hier dürftet ihr sehen, dass wir hier überall dieses leichte Flackern haben. Und jetzt schließe ich mal kurz das iPad 3 an. Und ihr seht, wir haben hier wieder diesen Totenkopf. Da haben wir jetzt auch ein ganz gleiches Flackern, aber nicht so extrem wie beim iPad 2. Das kommt durch das Anti-Aliasing, durch die hohe Auflösung. Aber auch hier wieder die beiden großen schwarzen Balken links und rechts, die den Spielspaß einfach trüben. Das ist einfach nicht schön, finde ich. Da habe ich schon so ein tolles Bild, habe so ein cooles Game, so einer schönen Qualität und habe dann diese Balken. Das kann eigentlich einfach nicht sein. Und ich hoffe, da wird auch bald mal was gemacht. So, und nach dieser Spiele-Session fragen wir uns natürlich, welches Tablet wird wärmer. Dafür habe ich hier Infrarot-Thermometer. Und das schauen wir uns also mal an, wie warm das wird. Ich gehe hier einmal um das Gerät herum. Das Thermometer wird mir anzeigen, wo der Maximum lag. Und der maximalste Wert war 33,4 Grad Celsius oder 92 Grad Fahrenheit beim iPad 3. Und das Gleiche dann auch noch mal beim iPad 2. Da sind wir 81,5 Fahrenheit oder 27,6 Celsius. Ihr seht also, das iPad 3 wird ein bisschen wärmer. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es heiß wird. Und hier habe ich auch ein sehr nettes Spiel für euer iPad beziehungsweise auch für euer Android-Tablet. GTA 3. Ihr seht, das läuft absolut gleich schnell auf beiden Geräten. Und ich weiß nicht, ob es eine optimierte Version für das iPad 3 gibt. Aber es sieht natürlich auch auf beiden Geräten super aus. Und hier habe ich das Spiel Air Supremacy. Das wurde ja auf der Vorstellung des iPad 3 gezeigt. Soll ja so eine gute Grafik haben. Aber wenn ich mir das jetzt mal hier auf dem iPad 2 angucke oder auf dem iPad 3, da erkenne ich jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen den beiden Spielen. Wir haben hier auch die Spiegelung und die Schatten-Effekte. Und das Wasser spiegelt bei beiden eigentlich gleich. Und es ist bei beiden auf jeden Fall absolut flüssig. Also, ja, hm. Wo ist hier der Unterschied? Ich erkenne keinen. Und hier habe ich die Kamera. Meine Spiegelreflex-Kamera wird jetzt von der iPad 3 Kamera aufgenommen. Ihr seht, wir haben Autofokus. Also, wenn ich meine Hand davor halte, wird auf die fokussiert. Dann mache ich mal ein Bild. Und man kann auch hier Tab to Focus machen. Und dann nochmal von der Kamera ein Bild. So, schauen wir uns das mal an. Sogen wir mal da rein. Nichts Atemberaubendes, aber auf jeden Fall okay für einen Schnappschuss. Und auch meine Hand. Wenn wir das nämlich mal mit dem Vorgänger machen, nämlich dem iPad 2, da habe ich mal was vorbereitet. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel schlimmer aus. Die Kamera hat keinen Autofokus. Also, wenn ich meine Hand davor halte, wird es sogar noch schlimmer. Und ihr seht, die Bilder sehen absolut, absolut schlecht aus. Und auf dem neuen iPad sind sie auf jeden Fall akzeptabel. Schaut euch mal diesen Unterschied an. Auf jeden Fall gut, dass Apple hier eine bessere Kamera eingebaut hat mit Autofokus. Wie ich vorhin erwähnt habe, wäre vielleicht ein Foto nicht ganz nett gewesen, aber das werden wir vielleicht beim nächsten iPad sehen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass man mit einem 10 Zoll Tablet sehr viel fotografieren wird, aber wenn man schon eine Kamera einbaut, dann doch hoffentlich einfach mal eine gute. Apple hat gelernt. Wir können hier auch auf Frontkamera umstellen und sehen, ja, die Qualität ist bei der so ungefähr die gleiche wie beim Vorgänger. Für Skypen reicht es auf jeden Fall. Natürlich können wir auch Videos machen. Ich habe hier mal ein Video gemacht. Das ist in Full HD. Und auch hier haben wir den Autofokus. Und ihr seht, das ist auf jeden Fall akzeptabel. Also wenigstens mal eine gute Kamera hier im neuen iPad, denn die im iPad 2 war wirklich nur schlecht. Wer soll sich jetzt also ein iPad 3 zulegen? Schwer zu sagen. Wenn ihr bereits ein iPad 2 zu Hause habt, dann sehe ich nicht viele Gründe, ein iPad 3 zu besorgen. Wir haben zwar hier ein besseres Display und auch eine bessere Kamera. Auch die GPU, also die Grafik, hat sich verbessert im Gegensatz zum iPad 2. Aber, ja, ob das wirklich genug ist, um dann wieder sein altes Gerät zu verkaufen, um sich dann wieder ein neues zu holen oder das neue zusätzlich zu holen, das weiß ich nicht. Das müsst ihr selber entscheiden. Wenn euch das sehr wichtig ist, ihr habt gesehen, beim Lesen die Buchstaben sind auf jeden Fall viel klarer. Beim Spielen habe ich jetzt nicht wirklich sehr viel Unterschiede gesehen. Vielleicht kommen dann noch die Spiele. Ihr habt gesehen, Shadowgun hat jetzt aufgerüstet, hat ein Update angeboten mit höherer Auflösung, vierfach Anti-Aliasing. Andere Spielehersteller werden wahrscheinlich nachkommen und ich denke mal in ein paar Wochen und Monaten wird es dann auch Spiele geben, die dann auf dem neuen iPad sehr viel besser laufen als auf dem alten. Und die Kamera ist sehr viel besser geworden, habt ihr ja auch noch gesehen. Also, wenn euch das wichtig ist, dann spricht eigentlich nichts dagegen, euch die dritte Version zu holen. Wenn nicht, dann würde ich einfach beim iPad 2 bleiben, denn das ist auch ein sehr gutes Tablet. Wenn ihr das iPad 1 habt, dann würde ich sagen, ja okay, das ist ein sehr guter Schritt nach vorne, da spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Im Vergleich zum iPad 1 ist das iPad 3 auf jeden Fall eine sehr gute Weiterentwicklung. Das war mein Unboxing, Hands-on und Testbericht zum neuen iPad oder auch iPad 3. Wenn ihr Interesse an dem Gerät habt, hier unten gibt es einen Link, wo ihr den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit findet. Dort könnt ihr es dann auch kaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert und meine Website newgadgets.de besuchen würdet, denn dort stelle ich immer das Aktuellste und das Beste im Technikbereich vor. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Ciao!